Der Hi-Fi-Z ist das krasseste Elektroauto, was dieses Jahr auf den Markt kommt. Nicht nur optisch, was alle Grenzen sprengt, sondern auch technisch weit. Du zum Beispiel die Rücksitzbank komplett elektrisch umklappen kannst, aber nicht nur das, sondern du kannst die Sitze nämlich auch wieder elektrisch zurückklappen. Wo gibt es denn sowas, Leute? Die Türen öffnen einfach komplett elektrisch auf 90 Grad, sodass sogar Checky-Chan perfekt durchspringen könnte. Ein Wahnsinn! Die hintere Tür öffnet nach dem Suicide-Door-Prinzip und hat eine illuminierte Leiste. Wie ging das durch den TÜV? Und der Hi-Fi ist ein waschechter Viersitzer. Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. 671 PS, 820 Newtonmeter Drehmoment und ein 114 Kilowattstunden Netto-Akku. Einfach nur brutal.